Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reporter Adrian Wussten Sie, dass alle Menschen ihr Leben als Frau beginnen? Das Y-Kromoson des Mannes wird erst nach der 5. Schwangerschaftswoche aktiv. Stellen Sie sich mal unseren Moderator Marius als Frau vor. Ja, ich weiß, so viel anders sieht es gar nicht aus. Wussten Sie, dass 70% der Frauen Schokolade dem Sex vorziehen? Naja, so wie meine Frau letzte Nacht. Sie wollte lieber Crazy Anatomy schauen und ihre Kinderriegel essen. Danke Adrian für deinen interessanten Beitrag. Du kannst einem schon leid tun. Und nun kommen wir zum nächsten Thema, den Nahtod. Und schalten dabei live zu Yasmin ins Krankenhaus. Ich grüße Sie aus dem Krankenhaus Sterben ohne Sorgen. Es ist bewahrt, dass... Seien Sie auf der Hut. Es ist Montag. Statistisch ist bewiesen, dass Montag die meisten Menschen an einem Herzinfarkt stärken. Hier sehen Sie Frau Schumacher. Sie bilden uns jetzt eine Nerveninflusoption. Erzählen Sie, Frau Schumacher, wie ist es dazu gekommen? Am Wochenende, da ging es mir noch gut. Ich war selbst mit meiner Familie noch unterwegs. Ich habe mir erst neue Kleidung gekauft. Mein Herz. Schnell ein Ost, bitte. Oh, Sie fragen sich ja bestimmt, was ich hier mache. Ja gut, ich habe zwar jetzt ein paar Beulen, aber ich wiege 16 Gramm weniger. Ja, ich bedanke mich einfach mal jetzt schon fürs Zuschauen. Und wir wechseln zum Wetterfilter Bär. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, meine Freunde. Vielen Dank an Marius, an unseren Moderator. Jetzt kommen wir zum Wetter. Wie Sie sehen, es ist heute sehr... Bewölkt. Mit Wolken. Bewölkt. Okay. So, okay. Wie Sie sehen, es ist heute sehr bewölkt und regnerisch. Außerdem ist es warmes Wasser. Könnt ihr mal aufhören mit heißem Wasser hier runter? Ich hoffe, Sie haben trotzdem einen guten Tag. Kommen Sie gut durch den Tag. Morgen soll es wieder sonnig werden und 25 Grad. Reicht das? Cut! Mach jetzt cut! Reicht das? Könnt ihr gleich runter? Ja?